Musik Die Flechte Auf meinen Obstbäumen und den umliegenden Bäumen im Wald hängen bei uns unterschiedliche Flechten. Wenn es nebelig ist, schaut es aus, als ob die Waldgeister unterwegs wären. Die Flechten gehen eine symbiotische Lebensgemeinschaft ein und reagieren sehr stark auf ihr Umfeld. Sie ist ein Indiz für hervorragende Luftqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017